So, gegeben ist dieser Abstand R und das ist freundlicherweise der Abstand vom Mond. Also von Mittelpunkt zu Mittelpunkt ist genau das, was wir brauchen für die Gravitationsgeschichte. Manchmal steht da, manchmal ist nur von der Oberfläche gegeben und da muss man den Radius noch dazu zählen. Ein bisschen gemein natürlich, das sind Kilometer gegeben, man muss 9, 3, 80, noch 3 Nullen dazu und in Metern. So, dass man es dann einsetzen kann. Und auch die Tage muss man umrechnen in Sekunden, damit man es einsetzen kann. Und im ersten Schritt berechnet man die Masse vom Mars, was ich jetzt aber nicht tue, weil es in Aufgabe 1 und 2 schon dran war. Man macht wieder Fz gleich Fg und dann hüpft die Masse vom Mars raus. Interessanter finde ich jetzt den nächsten Schritt. Also ich bin hier, ich stehe auf dem Mars und ich suche die Gravitationskonstante vom Mars. Ich habe bei der Erde, habe ich ja die 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat, am Mars habe ich weniger. Und das wissen wir vom Kino her, dass man da weiterspringt. Wie groß ist das, das ist die Frage. Und es gibt hier zwei, mal ein bisschen wieder Platz schaffen. Es gibt hier zwei Gesetze für die Gravitation, also die Fg ist g, m1, m2 durch r Quadrat und Fg ist m mal g. Und auf der Oberfläche für diesen Menschen gelten beide Gesetze. Dagegen der Astronaut, der da irgendwo fliegt, so mit seinem Raumschiff da, für den gilt nur dieses Gesetz. Aber weil wir jetzt auf der Oberfläche sind, können wir die beiden Gesetze gleichsetzen und damit diese Gravitationskonstante für den Mars berechnen und mit dem 9,81 Vergleich, das machen wir jetzt mal. Also da sind wir jetzt, ja, m mal g, nicht die Erde, sondern Mars, gleich g m, groß m durch r Quadrat. Die Masse von mir, die kürzt sich und dann habe ich schon, was ich brauche. Die Masse von Mars reingeben, genau r ist, der Durchmesser von Mars ist gegeben. So eine kleine Gemeinheit natürlich. Also r, also machen wir es langsam. So. Also dieses r, das ich hier suche, ist der r Mars, weil ich davon ausgehe, ich stehe hier und ich nehme das hier her. Ich tue so, als ob die Masse des Mars in der Mitte vereinigt wäre. Das ist eine Näherung, die aber gut funktioniert. Das ist ein halb mal der Durchmesser. So, ein halb mal und der Durchmesser war 6.760, 6.760 natürlich wieder in Metern. Und das setzt man also da ein. Genau. Man erhält 3,7 Meter durch Sekunde Quadrat. Also weniger als die Hälfte. Ich fühle mich nicht, ich habe immer noch meine 72 Kilo. Aber es fühlt sich an wie deutlich weniger. Und das ist sicher lustig. Jetzt ist die Frage einfach, die Gewichtskraft von, also wenn M gleich 10 Kilogramm ist, dann ist FG einfach 10 Kilogramm mal 3,7 Meter durch Sekunde Quadrat gleich. Und dann habe ich 37 Newton. Bei uns hätte ich ja, also das ist Mars, Erde. FG, da hätte ich ja mal 9,81. Also 98,1 Newton. Und das ist der Unterschied. 10 Kilo bleiben 10 Kilo, aber die Newton ändern sich. Meine 72 Kilo bleiben, wo sie sind, aber die Newton sind anders. bitch!